Heißen Pogo-Puschel überhaupt noch Pogo-Puschel? Wann fängt eigentlich die Lindenstraße an? Sucht Haino immer noch seine Brille? Diese und andere Fragen wollten wir bereits beantwortet haben, nur das verdammte Secret of Mana Remake ist immer noch nicht zum Download bereit. Ja, Square Enix, so macht man sich Freunde. Wir halten jedenfalls die Stellung und hoffen, dass es die nächsten Stunden online ist.